So einen Riesenkorb Erdbeeren können Julia und ihre Familie nicht auf einmal essen. Leider beginnen gerade Erdbeeren schon nach kurzer Zeit zu verderben. Das Verderben wird von Mikroorganismen ausgelöst. Über die Luft oder Kontakt mit anderen Gegenständen gelangen sie auf die Lebensmittel und lassen sie faulen, gären und verschimmeln. Bakterien, Schimmelpilze und Hefen bilden das letzte Glied in der Nahrungskette. Sie vollenden den Stoffkreislauf, indem sie organische Substanzen mineralisieren und den Pflanzen wieder zur Verfügung stellen. Diese Mikroorganismen sind heterotroph. Sie brauchen also energiereiche Substanzen von anderen Lebewesen für ihre Ernährung und Vermehrung. Dazu zählen auch unsere Nahrungsmittel. Aber nicht jede Veränderung eines Nahrungsmittels bedeutet eine Wertminderung. Bestimmte Schimmelarten lassen den Käse besser schmecken. Die Gärung bei der Weinherstellung macht das Genussmittel wertvoller. Auch Joghurt ist im Grunde vergorene Milch. Manche Lebensmittel sind ohne Behandlung jahrelang haltbar. Honig zum Beispiel. Tierische Lebensmittel wie Milch, Fleisch und Fisch dagegen verderben sehr schnell. Falsch gelagert können sie in kurzer Zeit zum Gesundheitsrisiko werden. Vielen Dank. Vielen Dank.